Lass mal voll gegen die Wand rennen. Rum, 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 rum. Auf Gleis 9 laufen zwei behinderte Kinder gegen eine Wand. Sicherheitspersonal bitte zu Gleis 9. Was macht ihr denn da, ihr Affen? Wir waren zum Gleis 9 3 viertel. Ja. Hermine hat gesagt, wir müssen so doll wie möglich im Bahnhof gegen eine Wand rennen. Doofies. Ja. Ich glaub, Hermine mag uns nicht mehr. Ich mag die Wand. Sie ist so schön kalt und steinig. Nein, die ist langweilig. Nein. Verdammt, das ist schon 11 Uhr. Hätten wir nicht um 8 Uhr in die Schule gemusst? Ja, war das nicht schon vor einer Woche?